Die Ziegen, die müssen hier unbedingt weg, weil daneben an, auf diesem Schlacht, da fressen sie jetzt, das mögen sie gerne, dieses Futter, und da ist die Autobahn. So, da muss nur einer anrufen, ich meine die Ziegen gehen von alleine, sag ich mal so, nicht auf die Autobahn. So dumm sind sie auch nicht, was sollen sie auf der Autobahn? Aber, jetzt kommt das große Aber, hier kann mal ein Hund frei rumlaufen, das haben wir öfter. Und wenn dieser Hund, der frei rumläuft, sie dann da erblickt und als Feindbild ausmacht, diese Ziegen, dann kann ich für nichts mehr garantieren. Dann können die Ziegen aus Angst vor dem Hund auf die Autobahn laufen. Und dann haben wir hier den Supergau. So, guck mal mit. Vorsicht, hier sind Brommel, das sind Brommelbären hier. Die tun weh. Dieser Zaun, wenn es eng wird, der hält nicht. Deshalb diese Treibigitter mit dem Stickel. Das ist mehr oder weniger Plunder. Da hinten, wir haben sie schon gesehen, da sind sie. So, jetzt müssen wir da hin. Wir müssen jetzt die Ziegen holen. Ich hoffe, dass sie jetzt mitkommen. Komm, Maggie, komm. Komm. Komm, Maggie, komm. 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 Komm, Maggie, komm. Komm, Maggie, komm. 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 Geh mal weg erst mal noch. Komm. Komm, Maggie, komm, 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 komm. Komm, Maggie, komm. Komm, Maggie, komm, 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 komm. Komm, komm. Ja, ja, einer ist noch ganz hinten. Das kommt so. Komm. So, nimm mal den Draht. Jetzt müssen wir hier zumachen mit dem Draht. So, wir ziehen mal raus. So, und jetzt zieh mal raus in den Stickel, die Stange. Und dann nach, da weiter hinziehen dann. So, weiter nach da. Also jetzt, komm, Maggie, komm, komm, komm. Jetzt müsste eigentlich einer hinten, jetzt müssen wir schnell zumachen. Jetzt sind sie weg. Komm, Maggie, komm, komm, komm. Scheiße. Komm. So, jetzt sind sie weg. Die sind so schlau. Hast du das gesehen? Ja. Komm, 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 Maggie, komm. Das war's, ja. Das war jetzt nur die Generalprobe. Richtig. Die ist in die Hose gegangen. Und Premiere, die wird dann gut, ne? Wie sagt man? Die Premiere. Oder wollen wir es doch einmal versuchen? Nein, lass mal. Dann müssten wir noch einen größeren Trichter haben. Nein, das ist... Ich will sie auch nicht verrückt machen jetzt. So. So, gut. Es kann nicht alles glatt gehen, ne? Fertig. So. Feierabend. Morgen ist auch noch ein Tag, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.